Sonntag, am 7. Juni 2009. Wir sind hier in Kovne, in Svabotke. Wir sind in Stutt bei unserer teuren Haver Jankel Lopranski, welcher ist geboren, geboren, am 7. Februar 1940. zu langen, gesunden, schönen Jahren. Das ist 120, das ist Svabotke. Noch 100, dass man weiterreden kann. Wir sind hier dank von Siobhan und Saul Wolfson und Frank und der Videograf ist Tom Wilber und ich heiße David Katz, ich bin geboren in New York und ich habe schon ein paar Jahre, ein Teil von jedem Jahr in der Wilna Universität. Unser heutiger Interesse ist jüdischer Folklo, jüdische Geschichte, Ihnen und wir danken euch sehr, Frank Jankel. In Wippenach gerufen ihn daheim. Janke, Janke. 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 Aha. Wer gewann der Tate? Tate ist Hirsch Lopjanski. Zwie. Zwie Lopjanski. Eben. Das ist Zwie hier, Zwie oder Hirsch Lopjanski. Ja. Ihr weißt zufällig von welchem Jahr ist er? Ich weiß. Von welchem Jahr? Nein, nein. Das ist 1990. Das heißt, Jinger von Meintag. Meine Rolle war schon angeboren. Eben richtig ist, dass er ist Zwie, Benjakow, Alevi Lopjanski. Zwie, Benyankow, Benyankow oder Jakow? Jakow. Jakow oder Jakow? Jakow. 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 Alevi. Alevi Lopjanski. Ihr seid Alevi, ich bin Akoi. Ich bin zusammenfieren bei jüdischen Folk und besserer Zeit. Ja. Mit sovon, dass wir nicht wollen, haben wir solche Kiches, wo sie nicht tunsere. Wir gehen, wo sie gewann dem Tate sagen, Fader Mohamed? Der Tate sagt, Fader Mohamed ist Agronov. Agronov. Wie ihr geheißen die Mame? Hane. Hane, von der heiligen Familie. Labanowski. La. Labanowski. 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 Wo ist der Tate geboren, der Tate? Der Tate, in der Stube. Wir. Die selbe Sache. Und wir geheißen der Radre Samoa. Hane. 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 Was für eine Städtele gewinnen, wenn Sie Gollet gehört haben, von der Mama? Was für eine Städtele haben wir eine mögliche Zeit? Eine mögliche Zeit. Meine Säde, meine Säde, Meier Labanowski, gewinnen der Rospen der Städte. Und das ist eine einzige Zeit, da steht ein Meier, das ist mein Meier, ein dreistöckiger, der erste Meier in dem Gang, wo sie gewinnen, ein elektrisches Meier, entgegenwiegend nicht. Wo es also gab, 55 Hektar Erd, und er vernommen es auch mit Landwirtschaft. Mein Ursa hat dort gesucht, dass von teuren Tauben nicht leben. Und auch von der eigenen Hand leben. Und vor allem, sagt man, nur mit Landwirtschaft. Und das hat geholfen nachher. Ich sage, Mensch, nur ist zu leben, die Jettel. Bei meinen Säden ist er eine sehr aufgedehnte Zanzarmee als Kontonist. Und 53 Jahre hat er gekommen, auf Krieg ins Heim. Und hat vier Kinder. Zwei Tächter und zwei Seen. Die Mami ist die Ältere, von sie alle. In der Zeit vom Krieg, die haben Tates Mischbrochen. Mein Bobbe, ein Onkel mit dem Mischbrochen und eine Tante. Alle sind auf den alten Vort. Und sie ist geblieben, die einzige Tante Jette, die von den Krieg herausgefordert, in Dormafrika. In Dormafrika. Und Johannesburg. Sie ist die einzige geblieben. Und von meiner Zeit, das ganze Mischbrochen zu uns gehört wird. Weil die Stränen mit den Kriegen sind gewinnen. Normale Menschen. Also Ösli-Bau. Mein Säden hat sich umgeben sich behalten vom 40. Jahr. Weil die Menschen kommen sehr interessante Städte. Und sie ist am Vort herein. Bei der Kirche geht es wie ein Kreuz. Ein Weg geht auf Kedain. Ein Weg geht, und wie sehr bewusst, vollkommen, geht auf Kedain. Auf rechts geht auf Jönöwe. Und links geht auf Labunöwe. Und mitten, die Gäste sind gerne in Iden. Nur... Ich sprich sein dort. Wenn die Wendschekolle ist, berühmt mit da rein. Also auf der Amor, ich werde die ganze Zeit sehen, noch ein Kleister. Und sie auf Litwisch, sie auf Pelisch, soll man sich da nennen. Und wir werden, sprich sein mit sich da. Nachher gekommen, in Galach Moskos. Und dann habe ich gesagt, dass sie ein Sündig, wenn sie auf Litwisch sind, und nachher auf Pelisch, dann zweitens Sündig, wo sie nach... Ich sage, dass sie hier ist geblieben. Und Moskos gebe ich nachher. Aber für mein Seiden. Als Kleiner fliegt den Seiden, fängt sie zusammen mit einem Kleid und machte ein Schnäppsel. Aber für mein Seiden, sie wird vermischt auf Pferd, Reitpferd. Er hat lieb sehr. Er hat sich vernommen mit Gärtnerei. Ja, er hat seine... Nun, wenn sie sich rein, die Russen, sie werden ein reicher Mensch. Er hat wahrscheinlich gewinnt, zu Gerät herauszuführen. Aber die, die stradieren, die Russen, weil sie kommen, die Russen, und sie haben kein Russisch. Er hat eine sehr angenommen, die Militie. Sie kommen nach solchen, wie sagt er, mehr, behalte sich, weil du bist in ein Regime zu Hause zu führen. Er hat gesagt, von den Russen behalten, nachher von den Deutschen behalten, nachher bei der Front, in die Jange, ich sage, hinter der Front weg, in Pelen, nachher in Deutschland. Und von Deutschland kam ein Arzt. Ich war Faro Berichter, 26, Schwestern Kinder und Schwestern Brüders, in Arzt, von Mannens Zeit. Und von Lopernske Zeit in Ordensschwestern ist er in Arzt. Da sind sie in 72. Jahren unter Hause geflohen. Da haben sie mich ausgetrieben, ins Sowjetverband ausgetrieben, von Jan, von den Schiffen, die Wiese vermacht. Die Stub und das ist der dritte Stub. Da wussten sie, sie gewinnen einen stöckigen Stub und nachher hat man eingestellt der Stub. Die Bansäden gewinnen vier Kinder. Zwei Töchter, zwei Zinnen. Zinnen. Bansäden. Ja, Mainzäden. Er ist gestorben im 37. Jahr. Es ist am Morgenburg in Wiener See jetzt. Die Mischbach fliegt Leben, alle zusammen. Und dann hat man festgestellt, vier, vier Tiere in denen in denen in denen in denen ich da sitze hat gelebt Onkel Jasef mit dem Sprache. Unten hat gelebt der Seide mit den Baben. Dort hat gelebt, weil der Seide mit den Baben betrifft, kam die jüngste als Tochter. Und in Deutschland hat gelebt mit Jente. Das ist herausgefallen in Afrika. der Verfahren hat die dritte Stubschnecke gestellt. alles zusammenbleiben. Und später bin ich geblieben meiner und ganz manche. Die Zeug schwarze. In 72 Jahren sind ausgefroren. Ausgefroren. Die ganze Gasse ist ausgefroren. Es ist noch ein Krieg. Von ganz in Slabotka alle uns zusammen in Kliem. Auf die Gasse und auf die linke Seite. war acht mit Sprachen. jüdische. Nun begann es mir gehört jüdisch. Nachher hat man alle rausgefroren. Meine Tate sitzt und sagt verbrennen soll werden Brezhnev. Er ist gewesen, mit wem zu reden. in jüdisch. Was sie hat. Mir auch nicht rausgefroren. Mir auch nicht rausgefroren. Das letzte meiner Fach war nur mir oft in Jahren Co. bin er geworden. Da war ich von der Obteilung. Und ich habe Zugang zu allen verschiedenen Security Sachen. Ich war 15 Jahre alt. Ich war ein Vorratenverband. Mein Vater war auf einem Rakenverband. Das ist das. Wenn es euch gebrochen ist, seid ihr mit Sprache gewöhnt? Wer? Mama, Tate? Mama, Tate, Onkel, Jezef mit Weib mit Tochter, Rive Tate, Tate, Schwester, De Bobbe, Habe. Alle sind wir gewöhnt. Ich glaube, dass ihr hier alles passiert. Wer hat das? Wir haben das zusammengekriegt. Wir haben gebrochen. Wir haben gebrochen. Wir haben gebrochen. Wir haben gebrochen. gebrochen. Wie kommen? Wir kommen auf gebrochen. Warum? Weil ich die Deutschen gewöhnt. Welchen Tag habt ihr das gewöhnt? Ich weiß nicht. weiß nicht. Ich weiß nicht. Und die Tate haben nicht gebrochen. war zu viel Wente gewöhnt. Wer hat man gebrochen in Ghetto? Eine Woche und eine Woche und eine Woche und und eine und eine Woche in Stube und alle unsere Freunde sind rein in die Stube. Ich habe dort gekennzeichnet und bei uns im Sprache Rafa Gramansky gesucht. und weißt du was zu beschnitten die verschiedenen dort. Und meine Tate hat gesagt, ich bin ein super Ganef. Und ich bin ein super Ganef. weißt du was was allein tun. Aber das sehr auf eine Kamera, was allein tun. und das mit freien und lebenslosen. lebenslosen. Bei uns soll nicht sein mit schildern und mit schön reden. Und wann stammt das Wort Neintl? in Korten haben gespielt. 66 der kleinste Korten ist ein Neintl. Die Besprochener gewinnen Ghetto von wenn bis wenn ungefähr? von Norden Hebbahn bis drei Tage später die Aktie in Estland. In 43. In 43. Jahren. Was hat passiert? Ich habe gewusst weil in 41. Jahren hat mich geführt. bei uns da Parken und hat mich geführt. Und die sind gestanden in dieser Zeit gestanden in dieser die gingen und schrien und schrien wir haben gedacht da rausgehen und mir Zugang zum Parken mit das hat mit das das mit die Leichters haben wir verstanden. dort hat in 40 70 Daniel Slabanovski gelebt. Er hat unser Freund dort in Malina behalten und das durch den 2. geht gar oben sehen wir wieder. Wo nicht? Sie gewinnen als jemand Jan Tate sah guter Freund und die Fuhre gewinnen wie mit Häh mit Sträh und die Tate mit meiner meine Mäme sehr Neues gesehen sie nicht wie Landswirtschafts Menschen und sie sahen und sie sahen und sie sahen wie Landwirtschafts Menschen und sie sahen und hat registriert sie den Menschen Pfarrer hat sie sahen wie was um die Vorte zugebracht wie die Polizei hier sie gegenüber zu wo zu sein, habe ich nicht gewöhnt mit dem Hasen und mir unter die Hasen gewöhnt. Und wo ist sie gewöhnt? In 43 Jahren. Ja und wo? Dass sie wie in Wensche kommen und nachher auf die Universität. Aber dass sie gewöhnt was? Ein Dorf? Ein Dorf? Ein Dorf? Nicht im Dorf, nur auf Litwischofsachon Venkem ist. Das ist die Sache. Auf Russen ist guter. Guter? Auf Litwisch ist es nicht so gut. Und du sagst guter? Guter, das ist nicht jüdisch. Das ist... Aber in der Russisch reden wir keine Länder? Nein, die Russisch reden nicht. Und Pellisch reden nicht in jüdisch. Weil sie sind Bulves, nicht Kartoffeln. Und verschiedene... Ich habe in den Zeitungen, weiß ich, oder in den Journalen, weiß ich, von woher man stammt. Ich habe in den Journalen, woher man nicht übrig ist. 100 Meter, woher man nicht übrig ist. Ich habe in den Pellisch, woher man nicht übrig ist. Ich habe in den Pellisch, weil Pellisch kennen wir perfekt. Das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Aber das ist ein bisschen. Ich habe in den Pellisch, was ich im Moment. Ja, hier ist er. So. Es kann nicht sein. Es ist ein Simki-Titel-Liboma-Pamätik. Es ist auf die Gere. Es ist auf die Gere. Aber sie ist 90-jährig. Aber dann geht es nach dem Weg nach der Gere. Da müssen die Stufen und die Schrauben und die Schrauben. Aber dann haben wir die Schrauben und die Schrauben. Aber wie sagen sie? Jetzt ist sie 91 Jahre alt, aber wie sagen sie das? Er wird es sehr schwierig. Ich möchte sagen, wenn du zu Жаку позвонierst, позвонierst du Жаку, und du sollst sie in die Polizei sagen. Du willst nicht kommen? Ich will doch mal gehen. Tu er auf mich sicher hat. Gut. Alles klar. Geist jetzt. Wir stehen jetzt schon mal. Bis jetzt. Das ist ein bisschen gut. Aber was steht? Wo ist das? Das ist nicht so, das ist nicht so. Wo ist das? Wo? Wo ist das? Alexander und Maria. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja. Ja. Sehr. Auf viele in Istanbul vor sehr Kinder das war Schobelhofer in der Erde und sie deshalb nicht was sie gewöhnt wegen die Litwische Meluche sind nicht nur Mahamatone. Die Litwische Meluche sind doch widows für fremden Menschen welche Freunde ich rechne sie sie sind meine Brüder und Schwestern. Es ist es 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 darf Zonen über Zonen nicht Was ist Bazon? Steier? Steier Ich habe sie also die Kinder die die Kinder die die Kinder Wie heisst sie? Sie Irena die Tochter Irke Irena und der Sohn Graziano war ich mit Irken Und Sie reichen Pelix oder Witwische? Pelix Was mehr? Früher hat man gehört Pelix und ich dachte sie waren super Litwiner und sie wie im Paprade und sie nicht wussten was ist Pelix was ist Litwisch ist das eine andere Litwiner geworden. Mit ein Jahr sieben zurück hat mir erzählt dass sie eine Frau von 102 Jahren Christen das perfekt jüdisch und tiefen jüdisch zum jüdisch die christ als Nikolai mit der russische die kommunistische und rittrische nationalistische jüdische jüdische wir hoffen das eine wunderbare Szene die schönste Sache vor dem krieg ist die gaste und zwei künstliche Sprache ich gewinn und da es ist ein Stück der erste Flieger von Lit der pilot ist jüdische eine weib jüdische hat auf jüdische Prophet und die kriege sie geblieben die jüdische und der Mann wie das sie kennen er kennt im fleck zu den den jüdische französisch Die Leute sind eingewollt, die sich in Deutschland verbreiteten, die die Schriftuelles anfehlten, wie sie den Rand auschenkt waren, aber sie wusste auch, wie man converted. Es ist Französisch.